Ah, hoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Ja. Geht mal wieder los. Da geh ich am besten nicht rein. Ähm, ja okay. Ich weiß nicht was ich machen wollte. Heatwave, ach scheiß ein Heatwave. Aber es ist mir hier noch kalt dran. Wir haben's Frühling, das heißt, wir können bald vegetarisches Essen ernten. Ja, schön, inspiriert. Gibt's hier ne große Herdantin, die ich grad mal klappen könnte? Oh. Ja, hier werden schon gehandelt neues. Ja, ich weiß, dass Low Food ist, danke. Täter der Peere. Apparel? Apparel? Ihr habt keine Ahnung, aber ich bin kein Englisch-Profi. Also eigentlich bin ich schon ganz gut in Englisch nur. Manche würde, weiß ich aber nicht, wie ich die aussprechen soll. Ja, schön, dass du das gut findest. Äh, Julie, Julie. Ich glaube immer noch unsere ganze Call nie bis auf Julie, die ist neu dazu gekommen. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher gerade. Äh, ihr schon fertig? Ja. Ähm. Ähm. Nicht Hyde, ich wollte ja nicht harvesten. Oh. Brauchen wir schon viele. Okay. Ähm. Wir researchen gerade irgendwas bestimmt. Chip, Core, Computer. Wir brauchen den noch. Und das hier noch. Wieso habe ich nicht das direkt gemacht? Ich weiß nicht. Hospital-Bet wäre, glaube ich, auch ganz cool. Da habe ich eigentlich Hyde. Da hier oben ist Hyde was gut. Musik Die machen hier schön weit, das gefällt mir. Und in circa zwei Tagen haben wir hier was weiter. Der macht hier auch gut weiter. Äh, wollen wir noch einen stehen? Ich glaub, hat mich noch einen irgendwo? Hier unten? Ich dachte, hier wäre irgendwo einer gewesen. Ja, das... Das geht schon. Ähm. Naja, anscheinend nicht. Anscheinend bin ich einfach blöd. Oder er ist schon fertig. Das glaub ich nicht. Was waren wir denn? Äh, Inspired Surgery. What the fuck? Warum Surgery? Äh. It's no longer work, Fancy. Schade. Sehr. Was haben wir denn noch zu... Was können wir denn machen überhaupt? Hier. Kann ich das nicht machen? Ja, mach das doch. Okay, die haben wahrscheinlich gerade was Besseres zu tun. Immer, dass ich das Fleisch von den Kleindrecks... Jetzt, wenn ich sie treffen würde, immer das Fleisch von den Kleindrecks wie hier annehmen. Also mach ich das ja mal. Wollt ihr das nicht mal... aufsammeln? Okay, ein Bären will ich ja nicht töten, weil der frisst mich wahrscheinlich auf. Was haben wir denn hier überhaupt? Ähm, eigentlich alles. Oh, Muffaloos! Endlich, weg damit. Also ich könnte die auch züchten, aber irgendwie... Weiß ich nicht, da müsste ich erstmal irgendwie was für die Tierchen bauen und alles. Da ist ja auch was zuerst mal gekommen. Ich sollte hier unten Butcher Table eigentlich mal bauen. Oder Butcher Table. Na, eigentlich kann ich, äh... über den Strummel wieder anmachen. Weil wir haben ja genug jetzt. Und so viel ziehen ja sowieso nicht. Und ich denke mal, Licht ist eigentlich immer ganz schön. Ist halt ein bisschen Luxus. Können sie die Leute auch mal gönnen. Okay, wir haben jetzt fünf Minuten. Ich hab schon keine Ahnung mehr... Was wollte ich hier nicht bauen? Ich glaube, ich wollte... Ach, hier ist der... Ah, stimmt. Da war der. Ich wollte das hier nochmal ausbauen, ne? Also, Heatwrap is over. Das ist auch schön. Ähm, ja... Research wird weitergemacht. Hopp' ich mal. Bald. Ja, hol nicht rum. Food poisoning ist doch gar nichts. Ich würde es cool finden, würde ich die ganze Zeit zwischen meinen Leuten vorbeischießen. Also, einmal Leute vorbeischießen. Okay, das kann ich erstmal auslassen. Eigentlich kann der hier auch erstmal aus. Bringt halt einfach nichts. Den hier gerade anzuhaben. Äh, ne. Ich wollte echt nur das Lager haben. Ja. Dann muss ich das hier so machen. Also, Stockpile so. So, dann machen wir das noch ein bisschen größer. Ja, Essen haben wir genug erstmal, wie gesagt. Incapacitated. Äh, Artist. Kontext on Radio. Äh. Äh, maybe dangerous, aber wie wär, äh. Achso. Nein, danke. Ich wollte da nicht hin. Generating Plan? Wir haben die ja schon generatet. Oder nicht. Okay. Gut. Was ist das? Outpost. Reward Silver. Oh, ne, danke. Form Caravan. Zoom in. Könnte ich da mal so random reingehen irgendwo? Nein. Gut. Da ich aber keine Ahnung hab, äh, ob ich da hingehen sollte oder nicht, weil Kishuk gesagt hat, er es selber noch nie gemacht hat. Da steht so, ich muss auch nicht. Wo ich erstmal hier, äh, was können wir noch machen, was wenig kostet. Hier, Brewing. Bier ist doch nice. Wollen wir noch Feld vor Hopfen irgendwo, ne? Kannst du nicht ein bisschen schneller researchen? Du musst es mittlerweile perfekt können, nicht Gryph. Charakter. Okay. Million Intellectual. Million Intellectual. Der Bär hat gerade das Dings gefressen. Dummer Muffalo. Breakdown Heater, ja gut. Werden wir überleben. Wir haben genug Komponents, hoffe ich, ne? 19. Äh. Ja. Do until you have. Da haben wir 25 Komponents, will ich immer im Lager haben. Kannst ich jetzt nochmal sterben? Ich finde gut, dass ihn alle, den scheiß Muffalo ignorieren. Battery, ja komm. Schaut sie. 2% Body Parts fehlen. Will jemand da reinpacken? Danke, Julie. Der wollte mir den Fuchs mein Essen klauen, ey. Ich finde das hier ist so langsam der langweilige Part von, ähm, von RimWorld, weil... Okay, gut. Was hast du denn? Wie sind das? Das Dresden-Dra, okay. Weil, ähm... Was ich sagen wollte. Weil man jetzt praktisch nur aufs dumme Events warten muss. Wo ich wahrscheinlich verkacken werde und sauer werden werde. Andererseits... Hast du euch ne Waffe? Kannst du euch Waffen benutzen? Äh, Charakter. Ähm... Incapable or violent, danke. Naja, äh... Und ansonsten ist es halt mega langweilig eigentlich. Weil... Ich krieg die ganze Zeit nur und irgendwie passiert nichts. Kann ich vielleicht mal treffen? Willst du mich verarschen? Ich finde das einfach so meme-mäßig. Ein scheiß Bogenschütze trifft zwei meiner Leute, aber die können nicht töten oder was? Ich finde das einfach so meme-mäßig ist es halt mega langweilig eigentlich. Das ist doch so lächerlich, ey. Weißt du, mein ganzes Team ist fast tot wegen allen Bogenschützen. Wir werden da vier Leute mit automatischer Waffe hingehen. Das ist doch so lächerlich. Willst du jetzt spielen? Ja, komm. Dann machen wir jetzt hier erstmal... Schildwelten. Naja, das hier machen wir. Ja. Haben wir noch einen vierten, der verletzt ist oder... Nehmen wir ihn mal. Porta war nicht verletzt, okay. Hoffentlich überleben wir das, aber was hast du denn für Schaden? Äh, Cut von einem Short-Boar. Meteorate, okay. Silver-Oar. Nehmen wir doch mit. Okay, der hat nur einen kleinen Cut, das ist okay. Drei Cut... Auf der Leber, na klar. Step von Ikva. Und... Blattloss Männer. Cataract. Ja, du kannst nicht mal so gut gucken, der ist halt wahrscheinlich. Super. Scheiße, wir haben keinen Platz mehr. Okay, zum Glück zählt, dass so was innen ist, obwohl hier die Tür offen ist. Okay, ich glaube wir brauchen einen neuen Nahrungsspeicher. Ähm, dann machen wir mal Kula. Äh, Q und E. Ich denke mal, zwei sollten erstmal reichen. Dann brauchen wir noch Power und Power-Konduit. Ich hoffe mal, das reicht. Fischer putzt schon mal ein bisschen. Ich kann davon nicht mal was bauen. Warum bist du noch Tothooper? Achso, du hast noch Cuts von dem Scheiß. Ja. Ah, wir haben Mais. Lassen wir erstmal noch ein bisschen wachsen. Rupa ist fully healed. Marvin braucht noch ein bisschen, aber den ist anscheinend auch ganz gut bisher. Dann will ich noch Boden haben. Geht nicht, super. Dann machen wir da noch eine Wand hin. Das heißt, gar nichts. Ah, super. Nochmal zwei Plätze. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schlecht ist, wenn ihr Boden einfach ist. Oh, der macht Sprit. Nice. Da haben wir nichts mehr oder wieso macht ihr nicht weiter? Wir haben keinen Stahl. Ah, sagt er was. Scheiße, ich habe keinen Stahl. Die Zeit vergeht doch nicht. Wir haben erst 15 Minuten. Bei den anderen Plätzen denke ich mir immer so, Scheißmann schon vorbei der Part. Und jetzt war es so, es hört einfach nicht auf. Ich meine, das Spiel an sich macht ja Spaß, aber es ist einfach mega langweilig. Item Stash Opportunity. Ja, Schnauze. Ich habe keinen Bock in der Welt rumzureisen. Spoils in Today, super. Super. Summer ist begann, okay. Ich wollte es gerade schon mal wieder ernten, aber wir haben auch nicht genug Platz. Okay, da ist zum Glück noch innen da. Also da ist... Apicalistus, Male, Gender, Winters und Pain. Ja, hol nicht rum, ey. Zum Glück immer drei von diesen Scheißzahlen hier laufen. Eclipse. Ist das schlecht? Jetzt kommt auf so der Punkt, wo einfach 1000 Sachen alle 20 Millisekunden kommen. Könnt ihr die nicht irgendwie stacken hier? Achso, ich habe hier schon 40 Stück. Deshalb kann ich nicht stacken. Ja, Leute, macht doch mal weiter hier. Ja, Leute, müssen wir nochmal fertig bauen. Ich brauche ein Lager. Dann können wir das eigentlich dekonstrukten. Schon ein bisschen Platz. Component. Ich habe da noch 22. Hol dir doch. Oder liegen die irgendwo versteckt, dass sie nicht mehr findet? Können wir euch vorstellen, ey. Was fehlt hier noch? Ist Stahl. Aber sollten wir hier unten eigentlich genug haben mittlerweile. Ja, Shade bringt da was hin. Floss. Ruhe drei. Jetzt haben wir genug davon. Ein Component noch. Wollen wir den letzten Component? Könnt ihr das mal weitermachen? Leute, Components. Habe ich nicht mal einen Components. Kann ich da raufklicken und die angucken? Nein, natürlich nicht. Components, Components, Components. Achso, okay. Der hat keinen Strom. Ähm, hier wollen wir... Target-Termal. Hier haben wir minus 20 Euro eingestellt. Ne, minus 10. Minus 10 muss reichen. Ja, wo. Minus 10. Indoors. Ähm, Power. Na, viel Platz dürfte eigentlich nicht zwischen sein. Wer wäre scheiß, wenn das hier alles... ...kaputt gehen würde. Okay, gut. Das hier schon mal... ...gedingens. Das heißt, wir können... ...hier schon mal eine neue Zone machen. Wie heißt... Hier habe ich Freezer genannt, ne? Das ist hier... Hallo. Achso, gut. Kommt nicht ab. Äh, Freezer 2. Ähm, Storage. Dann würde auch Cops aus dürfen. Hier dürfen auch Annual Cops aus rein. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.